Ja, moin! Willkommen zurück zu Kirby Battle Royale. Wir haben im letzten Part den Story-Modus durchgespielt und heute gucken wir uns mal die anderen Modi an, die es hier gibt. Ein Kampf-Modus, ein Online-Kampf, von mir aus auch ein Training, die Sammlung und die Optionen, wobei die haben wir, glaube ich, schon im ersten Part abgearbeitet. Deswegen, Kampf-Modus, ihr wisst Bescheid. Einzelspieler und ich denke, das ist einfach nur so ein, naja, so ein Duell quasi, wie ein Smash Bros. Ne? Ja, war klar. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal hier auf 5 Kämpfe, best of 5, wenn man so möchte. Oh. Ja, komm, rotzen wir durch. Ich dachte, es geht hier um 5 Mal kämpfen in der Kampf-Arena, aber die ist anstelle 2, okay. Und wir können ein einziges Sphären-Gedöns benutzen. Wie geil ist das denn? Im Story-Modus hatten wir alle. Ich weiß gar nicht, was los ist. Die muss ich wahrscheinlich in den Sammlungen freispielen oder sowas. Na gut, komm, dann, ähm, es gibt noch weitere. Warte mal kurz. Es gibt noch, warte mal kurz. Was ist das denn hier? Spiegel. So, den gab es ja gar nicht im Story-Modus, oder? Ne, warte, da muss ich jetzt mal ganz kurz zurückgehen. Da muss ich jetzt mal, da muss ich aber ganz kurz hier, da muss ich aber ganz kurz mal lachen hier. Ähm, Hauptmenü. Komm, wir gehen in die Sammlung und gucken uns an, was wir freigeschaltet haben, weil wenn man das erst freischaltet in den Sammlungen, darf man es auch benutzen, ne? Deswegen, Kämpfe, Kampf-Arena, alles hier mal aktivieren oder so. Ich, ich, keine Ahnung. Achso, warte mal kurz. Ach, man muss dafür bezahlen, um freizuschalten oder was? Achso. Okay. Dann. Ja, komm weg damit. Was ist denn mit dem Pitch? Spezial-Powers? Schwert. Wie viele gibt es denn? Eins, zwei, drei. Es sollten eigentlich 13 sein, aber ich habe das Gefühl, es wurden einige reingepatcht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Wobei, Waddle-D ist speziell, ne? So, das kostet 500 Kampf-Münzen, das schalten wir uns frei. Tornado holen wir auch rein, aber der Spiegel, das irritiert mich. Den hat man vorher noch nicht gehabt. Das ist echt komisch. Ich hatte in Erinnerung, dass es 13 sind. Sehr dubios. Na, komm, ich habe die Kohle sowieso gerade sehr gut hängen. Gut, und die sind schon freigeschaltet, ne? Okay. Überall, wo kein Schloss dran ist. Na gut. Wie gesagt, hier, Spiegel. Spiegelt Angriff zurück auf deine Gegner und verwirrt sie mit Doppelgängern. Wo hatten wir das denn bitte schon in meinem Story-Modus benutzt? Sehr komisch. So, hier, Waddle-D, Brudis, Meta-Night, HD, und der kostet auch nur 500 Kampf-Münzen. Ich hätte mir das jetzt ein bisschen teurer vorgestellt. Okay, die kosten alle gleich. Was ist denn das hier für ein Wertesystem? Das ist ja zum Heulen hier. So, hier, natürlich ein Stern, das ist ja ganz klar. Ah, guck mal an. Ja, da, wo halt ein Schloss dran ist, das müssen wir frei kaufen. Ich denke mal, wir sollten die Kohle in der Tasche haben, also kaufen wir auch alles, ne? Was ist das denn hier? Schmetterhockey. Hat man das auch schon mal gehabt? Ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. Gar nicht. Fragen, weil das Ken war. Warum bezahlen? Im Story-Modus kannst du alles, äh, Unlimited spielen. So, Kopfschmuck. Der Koloss-Helm. Okay, das ist neu. Das ist teuer. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das hier nicht mit dem B-Knopf, ähm... Ja, ich sag mal, dementieren kann, ne? Wie teuer ist denn die ganze Kacke hier? 1.500 Münzen. Ja, hier geht's nämlich schon los. Gönnt euch das mal. Das werde ich garantiert nicht freispielen. Das ist mir zu... Das ist mir zu teuer. So, Musik. Mhm. Was man auch alles freischalten muss. Wie viele Musikstücke gibt's denn hier? Alter. Ich wette, die meisten davon haben wir nicht mehr gehört. Gut. Wir können anscheinend das nur abspielen, wenn wir das auch gekauft haben. Okay. Musik im Erz-Express. Die haben sich halt echt mit den Kompositionen hier nicht lumpen lassen, ne? So, Stärkungsphären. Die muss man auch noch kaufen. Geht aber alles eigentlich vom Preis her, ne? Ah, ist doch ein Schnäppchen. Ja, komm, wir kaufen mal kurz Tempo Plus. Tempo Plus Plus. Ist Tempo Plus eigentlich konstant? Ja. Krass, äh. Und das hier ist für 15 Sekunden. Generell, die meisten Sphären sind ja für 15 Sekunden irgendwie. Kann das sein? Ja, ja. Ich würde auch sagen, Brodingo ist heute der letzte Part. Mehr haben wir nicht. Und der nächste, in Anführungsstrichen, Part wird dann das Gewinnspiel sein, ne? Wo wir dann ein paar Mal Kirby Battle Royale an euch verlosen, ne? Ich habe Nintendo schon seit Anfang November versprochen, das Gewinnspiel zu machen und jetzt erst kommt es, ne? Das ist traurig. Ja, aber was willst du machen, ne? Nochmal hier übrigens ein kleines Sorry, dass, äh, der letzte Part nachkommentiert worden ist. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, was da los ist. Immer wenn ich mein Mikrofon an den USB-Hub gehängt habe, wo auch tausende andere USB-Stecker dran waren, für die Webcam, für meinen Xbox 360-Controller, für die Tastatur, die Maus, alles drum und dran und so. Da hat halt irgendwann mal das Mikrofon aufgehört zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob das am Hub liegt oder daran, dass das Mikrofon langsam kaputt geht. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe jetzt aber mal herausgefunden, dass ich mein, äh, Mikrofon dann noch wieder an den PC, an einen eigenen USB-Hub hängen kann oder an einen eigenen USB-Port. Ja, und deswegen, yo, hoffe ich mal, dass da das Mikrofon nicht die Verbindung zum PC trennt. Ja? Hoffen wir es. So, es ist so viel Zeit vergangen. Scheiß auf den Best of Five. Wir machen ein Best of Free. Jawohl. Und wissen, mit wem wir spielen werden. Erstmal natürlich mit der besten Sphäre in the world. Schnell aufladen. Deswegen muss ich jetzt auch immer so ein Auge auf die, äh, Aufnahme haben, auf das Mikrofon, weil ich habe echt keinen Bock darauf, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert. Das, ach, regt mich auf. So, und die Maxi-Tomate. Wir kämpfen ja auch einmal, ne? Gut. Erstmal Flaggenball. Und wir spielen mit, und ah, guck mal, da sind ja auch schon alle Dinger freigeschaltet, ne? Alles, was wir freigeschalten wollen, ist freigeschaltet. Von Schwert, Kirby, bis hin zu König, DDD. Und den werden wir heute spielen. Let's go. Ich will wissen, was der drauf hat. Ich will seine Fähigkeiten rausfinden. Ja, aber wie gesagt, so die letzten Tage, der gesamte halbe Monat eigentlich, schon seit Anfang Januar ist das Problem, dass irgendwann das Mikrofon aufhört zu funktionieren. Das ist komisch. Das ist eine krasse Attacke. Ja, eins zu null. Cool. Okay, DDD scheint nicht erfreut. Warum? Ja, das ist übrigens die Y-Attacke hier. Das können wir eigentlich ja schon mit Kirby, wenn er den Hammer benutzt. Aber gut. Naja, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los war. Also ich vermute mal ganz stark, dass es am USB-Hub lag. Dass da nicht genug Strom rankam. Und dass somit das Mikrofon irgendwann, ja, so wenig Strom bekommen hat, dass die Zufuhr beendet worden ist. AKS hat nicht mehr funktioniert. Das ist so meine Theorie. Keine Ahnung. Ich bin in solchen Elektrogedöns nicht der Beste, aber das ist meine Vermutung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, warum es sonst verkacken sollte. Und bye. Jetzt habe ich euch nur die Y-Attacke gezeigt. Jetzt wird es auch mal Zeit, euch die B-Attacke zu zeigen. Die normale Smash-Attacke, ne? Und bye. Kommt dann im nächsten Kampf. LOL. Ah, es ist schon irgendwie... Es ist ein cooles Spiel. Kirby Battle Royale ist wirklich ein cooles Spiel. Für zwischendurch und vor allem für Online-Verhältnisse. Man kann es online spielen. Gucken wir auch heute rein. Also... Ich weiß nicht, was es da groß auszusetzen gibt. Klar, der Story-Modus ist jetzt nicht die Wucht, ne? Schwierigkeitsgrad haben wir im letzten Patch schon besprochen. War ich auch ein bisschen abgefuckt von. Schwierigkeitsgrad die ganze Zeit immer total easy. Und dann auf einmal am Ende hin geht das dann los mit TDD und diesen drei Kämpfen, die es da gab. Und dann haben sie total... Wir sind total ausgerastet. Ne? Naja, gut. So, ja. Und nochmal zum Mikrofon zurück. Jetzt habe ich das Mikrofon halt an einen extra USB-Port drangehängt, der direkt am PC ist, der direkt zur Platine führt, zum Mainboard. Und ich denke, da dürfte die Stromzufuhr auf jeden Fall geregelt sein, ne? Aber ansonsten ist das Mikrofon kaputt und kann irgendwie nur noch teilweise Strom annehmen oder was weiß ich nicht. Okay, das ist die Y-Attacke, wie gesagt. Und die Aufwand-Attacke, die ist halt echt krass, weil gönnt euch das mal. Da wird halt ein Hammer nach vorne geschleudert und das ist halt heftig. Als wäre schon dieser Smash hier nicht stark genug, kommt auch noch ein Hammer dazu. Also ich will mal gerne wissen, wie viel Schaden man bekommt, wenn man das abbekommt. Gönnt euch diese Scheiße bitte mal, ey. Also es ist halt krass, vor allem wenn es ein Volltreffer ist, gibt es ja nochmal extra Schaden. Der Hammer explodiert ja noch, ne? Das ist mir im letzten Fall gar nicht aufgefallen. Deswegen habe ich mich ja gefragt, warum ich da letztens so Schaden bekommen habe. Weil der explodiert. Ich glaube, dass ich echt mal wissen, wie viel Schaden macht das denn, wenn ich auflade. Aber ich treffe den Gegner nicht, weil ich zu langsam bin. Ach, ich habe ständig auf Kirby gezählt, deswegen habe ich nicht getroffen. Hups. Ich hätte auf Wardle, die zielen müssen. LOL! Ach, Kirby wieder hier sehr fabulous unterwegs mit seinem Hut. Kann man sich gönnen. So, und der letzte Kampf. Was war das nochmal hier? Münzen sammeln? Ne, Robobonkers. Okay. Da können wir dann mal rausfinden, wie krass dieser Damage wirklich ist, der da kommt, wenn man die Attacke auflädt. Ne? Klar, diese Y-Attacke mit diesem stetigen Drehen, das ist auch krass. Aber wie viel Schaden macht das denn, wenn ich den B-Knopf voll auflade und dann los haue? LOL! Alter, du Sau. Klar, muss man sagen, teilweise ist die Qualität halt echt nicht so Bombe. Also, man merkt dem Spiel an, dass bei einem normalen 3DS die 30 FPS überhaupt nicht mehr erreicht werden. Nein! Achso, das ist ja mein Kirby, ne? Kann das sein? Nein, ich habe den blauen gehabt. Ne, den gelben habe ich. Ups. Also, die Frage, was macht mehr Sinn? Der Rundumheb oder das Aufladen? Ich glaube schon fast, dass der Rundumheb hier mehr Schaden macht, ne? Aber du kannst es ja auch immer machen. Immer und immer und immer wieder. Aber ihr seht, wie krass es hier einfach gerade leckt, ne? Es ist halt echt, es ist halt echt krass. Das sind halt nicht mal 30 FPS, das sind ja nicht mal 15. Das ruckelt hier so hart. Ein Glück. Also, ich kann mir vorstellen, okay, bei New 3DS-Besitzern, die werden da nicht so weggecringed. Aber hier, ihr seht es ja, oder? Das wüsstet ihr sehen. Das ist heftig. Wow. Gerade bei der Phase, wo so richtig viele Raketen und Umlauf sind. Heilige Scheiße geht die Frame-Rage runter. Die geht noch weiter runter als der ein oder andere Slip eines Groupies von mir. Eines volljährigen Groupies, ne? Ne? Gut. Ich hätte mir das geklärt. Heilige Scheiße. Das ist wirklich hammerhart. Also, ganz ehrlich, ich beneide jeden New-N-Intel-3DS-Besitzer, weil es sieht dann nochmal schöner aus. Was schöner? Auflösung bleibt ja gleich. Es ist halt dann nur ein bisschen schöner und besonders... Ja. Stabile Framerate, ne? Wenn dann nicht sogar dann 60 FPS möglich sind. Boah, da sind die aber nochmal rangekommen, die Schweine. Läuft bei euch! Falls sich einige fragen, ob es auch bald ein Online-Netzplay gibt. Ich denke nicht. Ich denke nein. Flotter Werfer. Nice HD. 20 Bonus-Punkte. Die meisten... Es gibt ja auch so Bonus... Achso, es gibt Bonus-Punkte. Wie quasi Mario Party am Ende einer Party. Da gibt es ja auch Bonus-Sterne. Und hier gibt es halt... Naja. Ja, Bonus-Punkte. Kampfboni. Aha. Es ist halt voll. Wenn man es zwar so betrachtet... Es ist halt echt so ein... Mario Party nur ein bisschen anders, ne? Ohne Mario und mit extra Regeln und so weiter und so weiter und so... Hier kann man sogar auch Geld farben. Cool! Na dann. Ja gut. Das sind hier natürlich... Das ist der Kampfmodus. Mehr will ich euch gar nicht zeigen. Ach du Scheiße, ey. Wir machen ja echt nur Kohle. Jetzt gehen wir ganz kurz ins Training. Und gehen jetzt in den Trainingsraum. Oh, ja. Wir packen unsere Schwert-Körbe. Jeder passt schon. Ohne Sphäre, weil wir geil sind. Blick hier aus der Vogelperspektive. Eignet sich für die meisten Kämpfe. Seidig blick auf das Geschehen. Aha. Die Seitenansicht hatten wir die mal beim... Ach, das ist ja gut. Ey, das ist ja voll Smash Brothers, Mann. Cool! Also Seitenansicht ist natürlich ganz klar nur 2D. LOL! Guckt euch das an. Ich meine, es kommt ja auch aus dem Hause Hellabitry. Das macht ja dann schon Sinn, dass es so aussieht wie ein Smash Bros. Aber gerade diese ganzen Bewegungen der Spieler auch. Also gerade hier zum Beispiel. Das ist halt original Smash Brothers. So, wenn der Spieler an der Klippe hängt und ins Ungleichgewicht kommt. Das ist halt genauso wie ein Smash Bros. Ohne Scheiß. Das ist geil. LOL! Macht das einen Schaden, Alter. Und buy! Und... Und buy! Ich habe noch gar nicht erklärt. Das ist mir im ganzen letzten Part nicht aufgefallen. Erst im letzten Part. Als wir halt den D-D-Boss-Kampf hatten. Und zwar... Du kannst im Sprung noch die B-Attacke benutzen. Und dann machst du quasi so einen... Ja, Sprung... So eine Sprung-Attacke quasi. Das ist mir nie aufgefallen. Keine Ahnung warum. Na gut, das ist der Kampfmodus. Hier kann man quasi ein paar... Einstellungen noch... Äh, äh, äh... Tätigen. Du kannst den Computer noch ein bisschen stärker machen. Und... Das Ganze halt, ne? Du kannst... Genau wie in Smash Bros. Auch ein Training machen, wo du den Computer entweder... Äh... Ein Body sein lässt. Oder ein Dummy sein lässt, der halt nichts macht. Oder du kannst dem halt... Dem auch halt eine Schwierigkeit zuweisen. Ihr wisst Bescheid. Jetzt der Online-Kampf. Wo den los, ja? Rangkämpfe. Es gibt nur Rangkämpfe. Okay. Das sind Randpunkte. Ich hab null. Das ist klar. Und das ist mein Level. Ach, es gibt anscheinend so ein Level-System, ja? Mögliche Kampfarten werden in bestimmten Intervallen zufällig aus einem Kampfarten-System ausgewählt. Aus allen Kampfarten ausgewählt. Stell dir ein Können unter Beweis, egal gegen wen du kämpfst. Cool! Gucken, wie lange wir warten müssen, bis jemand kommt. Ich... Das Spiel ist ja gerade in Amerika rausgekommen, also... Alle Kämpfe sind da vor Teamkämpfen. Okay, cool. Das Spiel ist ja frisch in Amerika rausgekommen, also dürfte der Server jetzt einigermaßen gefüllt sein. Ich denke, da müssen wir nicht lange warten. Es kann natürlich auch sein, dass wir nur mit Europäern zusammenspielen. Und da bin ich mir dann unsicher, ob wir da schnellstmöglich Teammates finden. Aber wie das aussieht, haben wir schon jemanden gefunden. So, wir spielen... Ein bisschen Erzgedönsfieber. Und weil wir geil sind, spielen wir mit König... Mit Meta Knight diesmal. Wir haben ja gerade eben schon die Idee gehabt. Ja, moin. Mit Ilsa, Javi und Patrick. Meine Wahl kam dran. Lol! Jetzt muss ich aber auch rasieren. Also dann. Ich muss sagen, es ging echt schneller als gedacht. Da war das ja manchmal ins Platoon sogar länger drauf. Ach, das auch immer mit Meta Knight. Cool! Einfach random nur zuboxen. Passt schon. Hat jemand Waddle Dee? Ja, Waddle Dee. Cool. Ich benutze Waddle Dee gerne. Oh, lass mich in Ruhe, du Schwein. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Die werden rasiert. Ich glaube, ich bin gerade echt in Führung. Kann das sein? Oh, leck das manchmal. Also ich... Oh, die Server. Heilige Scheiße. Ach. Ach ja, das ist der Teamkampf, ne? Patrick. Ach, den haben wir geklatscht. Achso, wir sind mit Meta Knight zusammen. Ach, cool. Ja, nice. Cool. Ach, du heilige Scheiße. Wir sind alle tot? Ja. Sind wir. Ach, du Kacke. Was denn? Ich habe doch die Attacke gemacht. Unverständlich in meinen Augen. Ich habe die Attacke gemacht. Ohne Scheiß. Nein. Fuck, ey. Die haben voll aufgeholt. Nein. Jetzt lass mich in Ruhe, du Sau. Lass mich! Hör auf, mich abzusplashen, du kleiner Splasher, du. Komm, ja, der Waggon ist noch offen. Genau. Nice! So, darfst du jetzt da spawnen? Das macht keinen Sinn. Alte Sau. He! Meiner! Lol! Okay, das müssten wir eigentlich, das müssten wir gewonnen haben. Ich meine, wenn ihr ein Online-Lettsplay sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Oder zeigt es mit einem Daumen hoch. Wenn ich sehe, das Interesse ist groß, was es nicht sein wird, höchstwahrscheinlich, dann werde ich vielleicht mal über ein Online-Lettsplay nachdenken. So. So, 43 zu 28. Und man hat gesehen, Meta Knight ist OP, ist fuck. So, direkt mal ein Level aufgestiegen. Nice HD, ja. Und dafür kriege ich 100 Münzen. So, wir machen nicht weiter. Fangs vom Mitspieling, Brudingos. Und bye. So, ja, also ihr seht, ich erspare mir jetzt mal das Zeigen aller möglichen Modi im Online-Modus. Aller möglichen Kampfmodi im Online-Modus. Das brauche ich euch nicht zu zeigen, das ist unnötig. Äh, man kann aber durch so ein Auswahlsystem, quasi wie bei Mario Kart, wenn ihr eine Map auswählt, zum Beispiel, ähm, ja, da wird, da wird, äh, random entschieden, welche Map dran kommt, ne? Wie ein Mario Kart. Gut. So. Ja, ich denke mal, ich hatte euch alles gezeigt, was es zu zeigen gibt in diesem Spiel. Wir haben uns den Kampfmodus heute angeguckt, den Online-Kampf, das Training, die Sammlung, hier die Story-Modus, den Story-Modus, den haben wir ja schon lange genug hier uns, äh, über uns ergehen lassen, den haben wir schon lange genug ertragen. Ja. Und. Das hatten wir schon im ersten Part gehabt, genau. Ja, da würde ich sagen, wären wir für dieses Let's Play raus. Und. Es wird noch ein extra Part geben und da werden wir uns, ja, also ein extra Part. Seht's nicht als nächsten Part, sondern so als extra Part, als Bonus Part. Und in diesem machen wir ein Gewinnspiel. Also, wer Kirby Battle Royale gewinnen will, guckt euch die nächste Folge an, den nächsten, ja, den extra Part quasi, und dann wisst ihr Bescheid. Ja? Gut. Extra Part anschauen und dranbleiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, ciao. Und natürlich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.